von deinem geheimen freund wer könnte ich sein fällt dir nichts ein spielen wir ein spiel wir zwei allein fällt ihnen dazu was ein sie werden eine richtige berühmtheit warum schreibt er ihnen bist du gerechtigkeit betrieb mich nicht an was ist der preis damit du beziehen kannst was zum teufel bist du denn ich bin vergeltung du bist auch ein teil davon inwiefern bin ich das wirst du noch sehen ich bin vergeltet ich bin vergeltet ich bin vergeltet